Die Promi-News des Tages im Gala Ticker, 11. Oktober 2021, Jelis K.O.C., Jimmy war bei Babysnos Geburt dabei, wegen Instagram-Abstimmung, mit diesem Voting sorgte Jelis Kokwa der Geburt ihrer Tochter in den sozialen Medien für Aufruhr. Auf Instagram hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Fans darüber abstimmen lassen, ob der werdende Vater bei der Geburt anwesend sein soll oder nicht. Jetzt hat die Neumama die Abstimmung aufgelöst, ihr Ex-Freund durfte mit in den Kreißsaal, in einer Frage-Antwort-Runde beleuchtete die 27-Jährige die Geburt von Snow Elani. Die Wehen gingen relativ schnell los, nachdem die Blase geplatzt war, berichtete Jelis in ihrer Story. Um 8 Uhr morgens bemerkte sie Wehen, um 17.30 Uhr war die Kleine auf der Welt. War Jimmy bei der Geburt dabei, wollte ein User außerdem wissen. Die Reality-TV-Teilnehmerin antwortete mit einem knappen Ja. Scheint, als habe Jimmy es den Fans zu verdanken, dass er bei diesem einzigartigen Erlebnis dabei sein durfte, immerhin hatten die sich im September für ihn ausgesprochen. Promi-News der vergangenen Wochen, sie haben News verpasst? Jetzt die Promi-News der letzten Woche nachlesen. Promi-News derandy Promi-Net Promi-News auf Promi-News Promi-News Promi-T Vielen Dank.